die anderen vertragen alle viel viel mehr also ist das so was wollte ich sonst noch machen überlegen überlegen genau ich brauche erstmal weg nein es kommt nach unten wie viel einfach nur hier drin liegt ach das ist noch ein bisschen wie ein forst gut die eisen kommen mal nach unten und die extreme mit sands und so weiter zack da rein mit dir du kommst da rein so peter kommt da rein flint kommt da rein nicht da rein dafür 1 2 3 4 5 uranium schön dass du ran gefunden hast jetzt haben wir schon mehr als so das nehme ich mal mit und jetzt brauche ich nämlich als erstes ich glaube es waren 8 overclocked fans see da hier overclocker upgrade overclocker overclock heatwind golden plate plus reaktor heatwind und reaktor ich finde es copper plate plus heatwind und heatwind ok wie viel kappa haben wir und gold haben wir kappa haben wir 8 x 18 64 das passt in etwa gold haben wir unten noch was das passt auch iron silver könnte knapp werden iron könnte knapp werden weil sonst haben wir hier alles soweit ich das sehe gut dann iron bars okay chasing item vielleicht wird es etwas schwer vielleicht sollte ich mir erst mal ein paar nur davon machen mal gucken ob ich irgendwo noch iron her bekomme ja hier habe ich ja gerade etwas reingetan so so kommt es reicht fürs erste ihm das noch mit und dann verschwinde lass das das machen und der sandstone kommt da rein und der sand bleibt da draus das ab in die oh ähm ja einmal kurz das wasser wegschütten zack zack tschuun und da rein so sand ja das läuft schön noch ein bisschen mehr auffüllen noch ein bisschen mehr auffüllen gut schön dann hol ich mir mal das Wasser wieder bevor es richtig dunkel wird ups flieg mein kleines ding flieg schön der mit seinem jailbreak ich weiß nicht was er da mit seinem jailbreak immer haben möchte so jetzt haben wir scheinbar alles meine ich zumindest tinker table müsste eigentlich alles sein so überlegen 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 was wolltest du gerade machen iron bars crushed iron das könnten wir eigentlich auch hier rein tun in die zentrifuge mal gucken was da rauskommt wieso hat jetzt tausendfünfhundert ein hitze mach mal den aus und oh der ist voll das kann doch nicht sein das kann doch nicht sein dass der voll ist das die jetzt tausendfundert hat das kann doch auch nicht sein der scanner ach der scanner hat sich noch nicht komplett aufgeladen das ist natürlich jetzt schlecht schlecht sonst noch was komm schneller 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 Beeil dich ein bisschen. Schön. Und. Okay. Ist immer noch zu langsam. Schade. 10.000 EU für ein Stück. 20.000 EU für ein Stück. Okay. Dann macht das eine noch. Ich glaube, das wirst du sogar nicht mehr schaffen. Doch. Super Iron Dust. Ja, eigentlich nützt das was, aber nicht zu diesem Preis. Meine Liebe, nicht zu diesem Preis. Ah, und es geht schneller runter, als es sich auflädt. Wart mal, wenn ich jetzt noch einen rein tue. Nein. Tut mir leid. Das kommt bitte in den Firenze rein und macht sich da weiter. Na, zack. Und da. Das haben wir schon. Schön. Overclocker. Vertrödelt hier ein bisschen meine Zeit, habe ich das Gefühl. Äh. Iron Ingots. Block of Iron. Ich muss hier auch anbrechen. Aluminium. Bronze. Copper. Und Energy. Dann habe ich nichts mehr, was ich irgendwie verwenden könnte, was irgendwie vernünftigen sein würde. Nein. Hier. Habe ich auch nichts mehr. Schade. Ich könnte eigentlich noch eine zweite Memory Disc machen. Wenn. Ah. Kannst du es wieder anmachen. Das Ding irgendwann mal schneller vor sich hin läuft. Hm. So. Einmal Block of Iron. Zack. Ach. 16 Stück. 16 Stück. Das sind schon mal 4. Iron Plate. Ah. Das ist dumm, mir mal so reinzugehen. Okay. Dann machen wir mal eben nochmal, äh. Dann sagen wir 8 Iron Plates. Zack. Dafür. Ach nein. Ich muss ja noch. Äh. Tin. 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 Und Coil. Okay. So einmal eines dieser Coils machen. Kupfer. Kupfer. Haben wir noch ein bisschen was. Sehr schön, dass wir davor noch was haben. Ich meine, davon noch was. Äh. Äh. Ich meine, wir brauchen noch zwei weitere. Äh. Ein News left. Oh. Da ist die Zeit abgelaufen. Macht aber nichts. Denn. Ein Coil bekommen wir daraus. Das ist doch nicht das Ernst. Okay. Ähm. Macht überhaupt nichts. Denn. Ich bin gerade so. Gene wieder drinne. Dass ich gleich einfach weitermache. Also. Bis gleich. Und, äh. Tschüss. Hallo. 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 Vielen Dank.